Oh shit. Ne, dann ist die Quest für was anderes. Schade, müssen wir später noch mal hin. Ja, nicht übertreiben, aber so ein schnutteliger Dungeon ist das. No, these problems. Dc's. To, from time to time. Zack, und wieder raus. Ah, jetzt ja. Ja. Ja, ich seh nix. Das soll ja keiner nicht fliegen. Nein! Warum springe ich denn, wenn ich das Pferd beschwöre? Oh. Komm, wir haben hiervon noch einen Toppen. Achja. Achja. Ich krieg gar nix hier. So, hier geht's rein. Ah. Ah, jetzt ja. The Underroot Caverns. Moldy Crypt. Und das ist die Folge der Ladebildschirme, glaube ich. Bei meinem ersten Ladebildschirm in den Wasserfall ist die Aufnahme ja wieder abgekackt. Und das ist die Folge der Ladebildschirme, glaube ich. So, wo sind wir denn hier? Lassen wir das Pferd weg. Lassen wir das Pferd weg. Soch ein DANGEROUS ADVENTURES. Ja, hier Heldenschance und sowas. Ich kann ja immer noch den Söldner dazu rufen. So schwer ist es dann eigentlich gar nicht. Also mach mir jetzt keine Gedanken. Die Karte vielleicht ein bisschen größer machen. So, das machst du mal. Oh ja, ich bin ja ein bisschen anstrengender. Sonst ist es bald vorbei. Level up. Level 40. Eieiei. Da sind wir noch weit von entfernt. Oh. Pferd zuerst mal das Fettcampen. Ah, das geht schon. Weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, aber... Was guckst du? Ja, es gibt auf jeden Fall die Experience-Punkte hier. Jetzt für schür. Hm. Ich hab das doch richtig gesehen hier. Gibt es hier noch irgendwas besonderes? Nee, ne? Nur der Mop. Jetzt hab ich ein Problem. Ja, da hab ich nicht aufgepasst. Ach, dammit. Also doch Söldner. Wenn er denn mich wieder aus dem Ladebildschirm befreit. So. Okay, wir brauchen einen Söldner. Nützt nichts. Ich muss grad hier ein bisschen Ordnung machen. Ein paar Quests verschwinden lassen. So. Kommt der mit? Der Söldner? Nee, irgendwie nicht. Follow. Na, endlich. Ja, dann klappt das auch. Keine Sorge. Na, endlich. Ja. 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 Ja, ne? Ja. Ja, ja! Das sieht schon ein bisschen einfacher aus im Moment. Genau, hau mal die Vase kaputt. Wir können ja sagen, wow bist du stark, aber das wäre gemein. Ich habe auch schon zwei Vasen kaputt gehauen und die sind auch nicht immer beim ersten Mal kaputt gegangen. So, hier muss auch irgendwo... da. Schauen wir hierüber... da ist noch eine Vase. Da wohl irgendwann irgendwo mal was drin ist. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LLCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Enjoy your... cordless... imagery... Weil immer ein完全 partnerschen. ich muss hier was tun nicht nur rumchatten, auch mal arbeiten das ist doch noch eine Spinne eine Spinne, oh Gott wie komme ich denn jetzt auf Spinne ich weiß auch nicht ich habe doch eben nicht gegen Spinnen gekämpft da ist noch eine Schlange jetzt haben wir es da war wohl eine Falle drin ach so warte mal hier geht es ja auch noch lang oh 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 ist nicht so einfach gemacht da ist auch keiner von uns leider oh das ging flott so hier ist doch auch irgendwo ach Dani das ist ja schon offen alles klar aber hier aber machen wir jetzt die die oh der ist schon orange da oben okay aber wir haben einen Söldner dabei das wird schon klappen hier es ist das ist das ist das ist das ist da ist eine Vase drin die war mit einer Fallung versehen wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe wow this is not nice wow aber das ist was wie ist das dass das ist das ist das ist oder die Ich muss mal irgendeine Fall kriegen. Eieieieiei. Dammit. Wow. Das muss doch jetzt klappen. Bitte. Hier, den. Ja. Ähm. Oh. Er hat gleich ein Revive gemacht. Und ich bin auch so gut wie tot, ey. Zählt das denn jetzt als Instanz oder spawnen die wieder alle? Mal gucken. Das war eine böse Überraschung. Es musste ja irgendwann was passieren, ne? Bei dieser ganzen Vasenklopperei. Hello. Ja, wir machen weiter. Böse Überraschung. Wunderbar. Misslich nicht lang. Dämpfer... Wunderbar. 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 Das wäre es gewesen, wenn da jetzt auch wieder so ein Übermonster drin gewesen wäre. Das hätte jetzt echt übel ausgesehen. So, hier nochmal hin. Hier waren wir noch nicht ganz fertig. Da drin schon, aber da oben noch nicht. Warum läuft der jetzt da oben hin? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die haben doch schon um ihn gekämpft. Ach du Scheiße. Oh shit. Ich muss ersten aufs Klo. Lass meine Sicherheit bringen. Und dann geht es gleich weiter. Ja.